Hallo zum Zettel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Outlast Whistleblower. Wann haben wir denn da? Schönes... Du helfst mir? Ich helf dir. Oh Gott, ich bin wie ein Pug. Ich weiß nicht... Ja gut, komm. Ein Irrenhäuptling! Verpiss dich mit diesem Messer! Niemand kann es wissen! Niemand! Eine Schweinerei. Die glauben mir kein Wort, wenn ich da rauskomme. Zuerst muss ich mir die Leiche angucken. Eine Schweinerei. Aber was für eine? Steh auf, so schlimm war das doch gar nicht. Aus dem Messerstich. Das muss ich auf Bild halten. Das muss wehgetan haben. Den ersten Moment muss er gemerkt haben. Sie sind bestimmt beschissen. Wisst ihr an wen der mich erinnert? Da gab es doch vom zweiten Teil von Left What Dead einen, der Nicky selbst noch einen weißen Anzugang gehabt. Identisch würde ich sagen. Wo ist denn sein Messer? Das würde ich gerne machen. Oh, Leif! Oh, da fehlt ein bisschen. Wo ist die andere Hälfte? Wo ist denn die gute Hälfte von ihm? Das ist ein Arm. Ach, scheiß auf den Penner! Ich geh nach Hause. Herrlich! Und das Auto steht. Können wir leicht damit abhauen. Was ist das? Du, 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 du! Du, 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 duh! Er ist doch froh, wenn er hier rauskommt. Boah, er kommt! Einfach Rückstärmer wie den ersten Teil. Unter fremden Namen. Brücken wir ja nichts anderes machen, dann laden wir das Ding mal hoch. Ja. Ja, meine Freunde, das war's mit dem DLC von Outlast Whistleblower. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert schön, liked die Videos, teilt es mit euren Freunden auf Facebook oder Twitter. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Alles klar. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!